Auch das ein Grundsatz, den König Harald seit langem beherzigt. Übrigens, ans Abdanken denkt er überhaupt noch nicht. Es ist, glaube ich, sehr wichtig, dass wir jede Rolle professionell ausfüllen, die wir gerade innehaben. Ich versuche vor meinem Vater zu lernen, von seinen starken Seiten darauf aufzubauen. Aber ich möchte ihn auf keinen Fall kopieren. Und ich glaube, ich schaffe das bisher ganz gut, jeder Rolle gerecht zu werden. Und damit das Beste ist er selber in die Rolle. Hukons Tochter, die kleine Ingrid Alexandra, soll ebenso möglichst normal aufwachsen. Behutsam Schritt für Schritt an ihre spätere Position als Königin von Norwegen herangeführt werden. Auch darin sind sich Großvater und Vater einig.